Die Tarifverhandlungen ziehen sich bereits seit Monaten in die Länge, die Fronten sind verhärtet. Und auch die kurzen Warnstreiks waren für die Arbeitgeberseite zwar unangenehm, haben bisher jedoch keine Wirkung gezeigt. Auch trotz eines Schlichtungsverfahrens sind die Verhandlungen gescheitert. Und nun? Die Gewerkschaft setzt nun eine ihrer schärfsten Waffen des Arbeitskampfes ein, den unbefristeten Streik. Doch kann sie das einfach so beschließen? Nein, sie muss zunächst ihre Mitglieder abstimmen lassen. In der sogenannten Urabstimmung müssen sich mindestens 75 Prozent der abstimmenden Mitglieder für eine Arbeitsniederlegung aussprechen. Erst dann kann die Gewerkschaft zu einem Streik aufrufen. Beim vorherigen Warnstreik war übrigens keine Abstimmung notwendig. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben wiederum die Möglichkeit der Aussperrung. Sie können alle Beschäftigten, auch die, die arbeiten wollen, von der Arbeit aussperren, um so den Druck auf die Gewerkschaften zu erhöhen. Dieses Mittel ist jedoch sehr umstritten, da die Arbeitgeberseite ihre wirtschaftliche Macht gegen die Beschäftigten einsetzt. Aussperrungen kamen in den letzten Jahrzehnten jedoch kaum noch vor. Denn während der Streikphase zahlt die Arbeitgeberseite kein Gehalt. Das Arbeitsverhältnis ruht. Dafür zahlt die Gewerkschaft ein Streikgeld aus der Streikkasse. Allerdings nur ihren Mitgliedern. Die Tarifverhandlungen können während dieser Zeit jederzeit wieder aufgenommen werden. Der Streik kann währenddessen fortgesetzt werden. Erst wenn in einer erneuten Urabstimmung 25 Prozent der abstimmenden Gewerkschaftsmitglieder dem Verhandlungsergebnis zustimmen, kommt es in der Regel zum Streikende. Alternativ kann der Streik auch durch die Gewerkschaft für beendet erklärt werden. Das Streikrecht ist übrigens auch ein Grundrecht. Doch kann jeder einfach so streiken? Im Arbeitskontext sind nur gewerkschaftlich organisierte Streiks erlaubt. Für nicht gewerkschaftlich organisierte wilde Streiks gelten Einschränkungen. Auch Beamtinnen und Beamte, wie Polizisten oder Richterinnen, dürfen laut Bundesverfassungsgericht nicht streiken. Diese stünden nämlich in einem Treueverhältnis zum Staat. Sie sind beispielsweise auf Lebenszeit angestellt und müssen dafür vom Staat angemessen bezahlt und später versorgt werden. Das Streikverbot wird allerdings von Gewerkschaftsseite etwa bei Lehrkräften kritisch gesehen und beschäftigt aktuell auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir sehen also, der Streik ist eine scharfe Waffe im Arbeitskampf. Und wie das Bundesarbeitsgericht einmal feststellte, Tarifverhandlungen ohne das Recht zum Streik wäre nicht mehr als kollektives Betteln.